Die Fußball-Folge, genau das wollen wir heute vermeiden. Sie wissen, was es mittlerweile Geldstrafen kostet, wenn hier Möller in Garnis oder Läden geschaltet wird. Ich darf Sie bitten von der Verletzungsgefahr ganz zu schweigen, aber wenn Sie nach dem Polizei bleiben, sicher nicht so, bitte unter, lasst einfach fest. Feuer, wir ziehen an, bringt unsere Mannschaft zu drei Punkten, denn es kann auch hochgehen, wir feiern. Bitte, egal, Knaller, umgehen, Spitzel.